Portal, 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 hallo, willkommen, let's play together Portal, der Tom ist der kleine Fette, ich bin der schöne, hübsche, dünne, andersrum wie im Real Life muss halt sein, genau, so ähnlich, auf jeden Fall sind wir hier in der ersten Kammer und wir fangen praktisch, ey, cool, wir fangen sofort eigentlich an mit der ersten Testkammer im Koop-Modus, das stinkt normal, wie man's kennt, alter, macht's dir Spaß? Hast du Spaß? Du hast Spaß? Das ist schön, ist immer schön, oh mein Gott, so, hoffentlich passe ich hier rein, ich bin so dick, ja, yay, wir werden gerade auseinandergedeichselt, so, ein sehr schöner Loading Screen, den wir hier sehen, wunderbar gemacht, sehr langweilig, aber wunderbar gemacht, ja, und da sind wir in der ersten Testkammer, das ist bestimmt echt schwer, diese, diese Gespräche von Glarus, auf die freu ich mich schon wieder, so, warte, ich, ich, ich zeig's hier, guck mal, mit Tab, kannst du die Portal-Perspektive angucken, jetzt seh ich zum Beispiel, dass du ganz bitter, aber da stehst, und ich weiß, wie du zu mir kommen sollst, weil ich nämlich nicht auf das Portal gehe, voll lustig, oder? das, wie, du musst mir schocken, oh, das sieht so lustig aus, und ich kann das immer schön abpassen, dass du nicht reinkommst, weil ich dich sehe, wir wollen noch vorankommen, Arsch. Ha, schade. Ne, meins. Ich stelle mich mal auf das andere, hä, ne, warte mal, wie kriegen wir das jetzt auf? Hä? Ja, indem dass du dich jetzt da auf das andere stehst, stehst, stehst. Genau, so schaut's aus. Siehst du? Wie komme ich jetzt zu dir? Oh. Und ich geleite dich durch. Scheiße. Stimmt ja. Da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Hey. Oh, ich lauf auf dir. Siehst du? Macht Spaß. Pff, kannst mich mal, Arsch. Kommst hier nicht mehr raus. Block mich nicht. Du kommst hier nicht mehr raus. Na, kannst, kannst, konntest kein Wort stellen, wa? Ha? 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 Was los? Du bist mir Wort, so wie du aussiehst. Na, jetzt komm, auf geht's. Ach, Tom verhält sich schon wieder so unprofessionell, das ist ja furchtbar. Ich bin, ich bin so enttäuscht von dir. So enttäuscht. Ja? Ja? Puh. Eine Schweigeminute. Für wen? Für dich. Ja, für dich, weil du so naiv bist. Naiv! Habt ihr dort gehört? Und, und wir sollen hier Teamwork machen, nach der letzten mir am Arsch. Wie wolltest du? Yay! Ey, wieso kriegst du mal die Punkte? Weil ich cool bin! So. Ich geh mal rüber. Was gibst du mir, wenn ich jetzt drücke? Einhundert Kollaborationspunkte. Einhundert Kollaborationspunkte? Genau. Okay, wenn du mich jetzt noch zu dir rüberlässt, wäre das total geil. Machst du wieder auf? Okay. Dankeschön. Hallo. Hallo. Hallo, Paco. Guck mal. Das ist voll die Überwachungsstadt hier. Oh, guck mal. Das sind mayanesische Zeichen. Da oben. Hundertprozentig. Maya-La. Genau. Bina-Maya-Zeichen. Ah, wir müssen das in einer bestimmten Geschwindigkeit absolvieren. Oh, nein. Also du gehst hier hoch und machst den hier. Was hat das mit diesen Teil eigentlich auf sich? Ach, hier muss dann irgendwas rein. Ist denn der cool oder so? Ja, das ist einfach cool. Also wir drücken den Knopf, rennen da rein und aktivieren das oben. Genau. Okay, dann ziehen wir runter. Drei, zwei, eins, drüben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. We got it. Oh mein Gott, wir sind so gut. Oh. Oh. Natürlich, ja. Du konntest einfach mehr heben. Ich bin halt der, du bist der für das Gröbere und ich tüftel halt die Pläne aus. Ich bin der, der denken und merk schon. Unfair. Hab ich eigentlich ne Fahne auf'm Arsch? Eigentlich sollte ich sowas haben. Das hört sich übelst falsch an. Ich bin der Roboter. Nee, du hast ne kleine Antenne am Arsch. Naja sowas hast du auch. Zeig mal, komm. Zeig mal, zeig mal. Ah. Shake that ass for me. Das ist keine Antenne am Arsch. Shake that ass for me. Du, du, du. Shake that ass for me. Hey. Und so. Unfair. Nee, 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 nee. Das machst du nicht. Aua. Nee. Nee. Ach nee. Ja. Ja. Alter. Wir müssen doch irgendwas reißen hier. Gott. Ach, du bist so schlecht. Ich bin echt. Also liebe Zuschauer, wenn wir failen, dann ist es nur Tom's schuld. Nicht meine. Ich wiederhole. Nicht meine. Ne Tom? Ich muss das nochmal wiederholen. Ich hab's noch nicht verstanden. Ich hab's noch gleich ein Auge aus. Ein Auge. Wie viel hab ich denn jetzt eigentlich Augen? Bitte schön. Schick. Uuuh. Ich hab's noch nicht. Blablabla. Oho. Was macht das? Ah, das ist interessant. Hm. Oh, hier schießen MGs. Mag MGs. Mach mal die MGs weg her. Komm, 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 komm. Stell dich auf den... Stell dich auf den... Entschuldigung. Ups. Piu. Piu. Burn, baby burn. Baby burn. Die gehören zu uns. Oh ja. Oh mein Gott. Wir müssen das jetzt da oben hinmachen. Das heißt, der Laser muss jetzt irgendwie da rein. Zum Beispiel. Kriegst du das hin? Willst du mich jetzt verarschen, oder wat? Mach mal so halt dann so, oder? Und dann schießt du auf hier auf mein... ...Portal. Ne, auf mein Portal musst du schießen. Hier. Hier drauf. Ja, genau. Genau. Schaut's aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind so unfassbar schlau. Wir sind die besten unserer Spezies. Ja. Pass weg. Steckfest. Ich kein Spaß. Also ich kann nicht raus. Auch nee. Oder? Woche. Also Portal ist ja eins der bugfreiesesten Spiel Quietschen. Aber. Du schaffst es sogar noch dass du da übersώlst. 청. furchtbar Forschungsobjekt steht Schnell ihr Forschungsobjekt Forschungsobjekt das stimmt das können Kursung Karte ich habe einen siehst du ich bin schlauer als du ich wüsste schon Fressfest interessant ich glaube einer muss da rein ich gehe da rein wenn ich das was machen ich gehe rein ich bin hier drin ich wollte dir eigentlich einen Ball zu werfen so wo geht es jetzt hin stell dich mal auf hier stell dich mal rauf hier na gut ups hab ich dein Portal kaputt gemacht äh warte ne das hat jetzt nichts gebracht jetzt nochmal jay jay warte runter runter warte hä hm hm du musst jetzt dazwischen ja stopp n du n ach du kannst 2 runter ne ich muss glaube ich hier warte mal wie gerade eben hast du das gerade gemacht mit dem Zeichen Zeichen F ja mach mal dort eins hin und jetzt musst du irgendwie da runter kommen kannst du noch eins rauf? ne doch kannst du guck aber bringt das jetzt irgendwas hm oh ich hatte es gehofft ich dachte es geht nicht aber bist du denn? ja ja komm geh du rein du kleiner Sack das war jetzt zu gut ey das war jetzt gemein ich hab Angst nein okay du musst es ganz hoch machen okay geh da rein geh da rauf geh da rauf da lass mich runter ja 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 da können wir jetzt da kann ich jetzt du musst halt hier oben das Portal schießen wemste den hier oben ja du hast den jetzt hier hoch geschossen ne nein kannst du dir warte mal warte mal ah das macht Sinn ja so in etwa dachte ich mir das nämlich ob ich es anders geplant hatte aber ich kann mir nie merken ob ich es mit links oder links gesetzt habe ja warte mal hat es geklappt ja ich bleib einfach mal hier im gefehl zu oben hm oh alter Boah hay invasion Loop ne wie sieht das von dir lol Ay so weiter ist es Huh das müssen wir eigentlich machen Bist du durch? Ja äh sollst du mich rettenない nä Hier kannst du auch im Portal setzen. Ach da unten. Das hab ich gar nicht gesehen. Kannst du noch im Mark setzen? Hallo. Warte, mal gucken, ob ich dich mit dem Ball abschießen kann. Hab ich getroffen? Nein. Können wir da durch Tic-Tac-Toe spielen? Warte mal. Fang den Ball. Geht nicht. Schade. Komm. Beifuss. Komm. Tom Tom. Yay. 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 Uh. Yay. Ich will den Block mitnehmen. Ja, fang. Oh. Das weiß ich vorher, sie baut oder so. Nein, jetzt will ich können. Nein, 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 nein. Hallo. Jetzt hab ich dich endlich ge- Oh, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Arsch. Eh, 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 eh. Tom. Bam. Arsch. Ja, gut. Komm Hast du eigentlich ne Uhr Wo du gucken kannst? Nicht dass wir jetzt 5 Stunden spielen Werden wir nicht Na wie spürz就 sie Wenn wir in 20 Minuten om sind 30, 35 sogar Aber da dürften sie mindestens den 1. Block von Pfaffen Hoff ich mal Scheiße. Hier kann man den... Jo, hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Und hier müssen wir auch rein. Ich würde sagen, du stellst dich jetzt da. Du musst jetzt wieder mal mein Leben anvertrauen. Ups, das tut mir leid. Oh, es kommt. Na los, kannst rein. Oder noch nicht. Alter. Und was mache ich jetzt? Darüber. Genau. Ja, Alter, Alter. Ich mag das Spiel. Soll ich jetzt gehen oder... Ja. Oh, das ist langweilig. Du bist fies. Nicht ins Wasser. Ins Wasser ist unfair. Ich kann nicht schwimmen. Oh. Aua. 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 Du bist fies. Nee, nee. Hoch, hoch. Ich glaube, das muss jetzt so hoch, wie es geht machen. Da muss ich hier rüber. Da musst du das jetzt schwenken, genau. Und zwar ganz schnell sind es. Ich komme da nicht rein. Okay. Wenn ich jetzt ins Wasser... Das wäre lustig. Nein, komm ich durch. Nee. Du bist zu fett. Das hätte ich machen müssen. Aua. Aua. Viel zu fett. Du bist zu fett. Warte, wieso komme ich noch nicht durch? Nein. Keine Ahnung. Was müssen wir jetzt machen? Hm. Nee, ich komme wirklich nicht durch. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Du musst mich hier rüberschießen. Das ist das Portal, was ich dahin gemacht habe. Was? Wie soll denn das? Du stellst dir das Ding jetzt da so hin und dann springst du da rein. Das, was du dir so ausgedacht war. Ich kann es nicht ändern. Das ist die Regel. Die New Life Regel. Warte. So, jetzt. Oh. Arsch. Arsch. Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist. Bei den mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten nicht völlig zu versagen. Ach so. Das hättest ich ja gesagt. Oh man. Das ist alles falsch verstanden. Ja. Hallo. Das kann man ja auch falsch verstehen. Ach Tom, du bist so unprofessionell. Das ist furchtbar. So unprofessionell, dass ich wirklich gerade überlege, ob ich nicht eine Banane esse. Also ich finde es etwas erschreckend, dass du von einem Let's Play mit mir auf eine Banane kommst. Rall. Oh. Ach so, das ist nett. Ich mag Kladus. Das ist nett. Ich mag Züge. Ja, das tust du. Ähm, ja. Nummer eins. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier gab es ein Easter Egg. Ein Easter Egg? Okay. War das ein Easter Egg oder war das so geplant? Danke. Ich weiß es nicht. Hm. Und wo gibt es jetzt Easter Egg? Oh, wo ist die Disc? Wir suchen eine Disc. Ah, okay. Eine Disc. Hm. Hm. Oh. Oh. Hm. Hast du es gefunden? Nee. Ach, komm mal her. Komm mal her. Was bist du denn? Was bist du denn? Da. Geh mal auf die andere Seite. Da. Da, 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 da. Drei, zwei, eins. Jetzt hast du nicht gedrückt. Drei, zwei, eins, jetzt. Hätt doch. Oh. Ich will erst mal gucken, was geht. Hä, hier war doch gerade. Hä? 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 Was hast du? Ach, du bist grössig. Ah, ja. Jetzt hab ich es. Ach, hat verrückt. Okay, probieren wir es noch mal. Ja. Drei, zwei, eins, jetzt. So. Aha. Das ist bestimmt ein Porno. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh. Hat es dich auch zerschlissen? Ja. War das jetzt der eigentliche Test? Naja, wir haben die Teststrecke angeblich verlassen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Komisch. Naja. Wird schon passen. Du, das ist Tag. Ja, haben wir geschafft. Ja, das war die erste Testkommel. Das war schon. Ja, das war's. Ja, kann ich irgendwie noch gar nicht. Das nächste, was kommt dann hier? Ja, dann schließe ich mal die Aufnahme hier ab. Ja, auf jeden Fall. Ein Daumen hoch wäre ja langweilig, das kann ja jeder. Genau, also auf wieder, tschüss und bis zum nächsten Part.